Herzlich Willkommen auf unserem Kanal die Reparaturzeit. In diesem Video zeigen wir dir eine Auswahl an Akkuschraubern für Heimwerker, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Wir haben jedes Modell sorgfältig ausgewählt und werden dir die Vor- und Nachteile sowie die wichtigsten Funktionen und Merkmale vorstellen, um dir bei deiner Kaufentscheidung zu helfen. Wenn du an einem der vorgestellten Akkuschrauber interessiert bist, findest du die dazugehörigen Links in der Videobeschreibung. Wir freuen uns über jedes Like und natürlich über neue Abonnenten unseres Kanals. Aktiviere die Benachrichtigungsglocke, um keines unserer zukünftigen Videos zu verpassen. Viel Spaß beim Anschauen! Das erste Modell auf unserer Liste ist der Ryobi Ergo A2 Akkuschrauber. Das Gerät hat sich in den letzten Monaten als beliebtes Werkzeug für Heimwerker und Profis gleichermaßen erwiesen. Eine der am häufigsten erwähnten Stärken ist seine ergonomische Gestaltung, die den Benutzern ermöglicht, auch längere Zeit ohne Ermüdung zu arbeiten. Das kompakte Design und das relativ geringe Gewicht des Geräts erleichtern die Handhabung und den Transport. Die Akkuleistung ist ein weiterer Pluspunkt, der von den Kunden hervorgehoben wird. Sie berichten, dass der Akku ausreichend Leistung bietet, um auch anspruchsvolle Aufgaben problemlos zu bewältigen. Die Drehmomenteinstellung ist präzise und einfach zu bedienen, sodass Benutzer die optimale Kraft für verschiedene Materialien und Anwendungen einstellen können. Ein weiterer Vorteil des Akkuschraubers ist die integrierte LED-Arbeitsleuchte, die für eine bessere Sichtbarkeit beim Arbeiten in dunklen Bereichen sorgt. Weiter geht es mit dem Bosch Akkuschrauber iXO. Dieses Modell hat bei vielen Heimwerkern großen Anklang gefunden und zeichnet sich durch seine Leistung und Benutzerfreundlichkeit aus. Der Akkuschrauber wird von Kunden insbesondere für seine kompakte Größe und sein leichtes Gewicht gelobt. Diese Merkmale machen ihn ideal für den Einsatz in engen Räumen und bei Arbeiten, bei denen eine hohe Beweglichkeit erforderlich ist. Viele Nutzer schätzen auch das ergonomische Design, das ein angenehmes Arbeiten über längeren Zeitraume ermöglicht. Ein besonderes Highlight dieses Modells ist, dass das Gerät über einen USB-Anschluss aufgeladen werden kann. Kunden schätzen die Möglichkeit, den Akkuschrauber über verschiedene Quellen wie beispielsweise Powerbanks oder Autoladegeräte aufzuladen. Die Leistung des Akkus mit einer Kapazität von 2,0 Amperestunden wird von vielen Kunden als ausreichend für die meisten Heimwerkearbeiten angesehen. Die Benutzer schätzen auch die praktische Aufbewahrungsbox, die im Lieferumfang enthalten ist. Sie erleichtert die Organisation und den Transport des Akkuschraubers und des Zubehörs. Unser nächstes Modell kommt von Denali BySkill. Dieser Akkuschrauber erfreut sich bei vielen Kunden großer Beliebtheit aufgrund seiner Leistungsfähigkeit und Flexibilität. Seine ergonomische Gestaltung ermöglicht es den Benutzern, auch längere Zeit ohne Ermüdung zu arbeiten. Darüber hinaus ist das Gerät leicht und einfach zu transportieren, was es ideal für Arbeiten rund um das Haus oder unterwegs macht. Ein großer Vorteil des Modells ist das mitgelieferte 10-teilige Bit-Set, das für eine Vielzahl von Aufgaben geeignet ist. Der Akkuschrauber verfügt über eine 3,6 Volt Batterie, die von vielen Kunden als ausreichend für die meisten Heimwerkearbeiten angesehen wird. Die Möglichkeit, das Gerät über ein USB-Kabel aufzuladen, ist ein weiteres Plus, das von den Nutzern hervorgehoben wird. Sie schätzen auch die Flexibilität, den Akkuschrauber an verschiedenen Quellen wie beispielsweise Laptop-USB-Anschlüssen aufladen zu können. Einige Kunden merken jedoch an, dass der Schraubendreher für anspruchsvollere Arbeiten oder für professionelle Anwendungen nicht ausreichend ist. In solchen Fällen empfehlen sie den Einsatz leistungsstärkerer Akkuschrauber. Der nächste Akkuschrauber auf unserer Liste kommt von dem Marktführer Makita. Der Akku-Knick-Schrauber hat bei vielen Kunden großes Interesse geweckt und zeichnet sich durch seine innovative Bauweise und Funktionalität aus. Das Modell ist einzigartig, da es über einen integrierten Akku und einen Klick-Mechanismus verfügt. Benutzer schätzen die Flexibilität, die diese Funktion bietet, insbesondere bei Arbeiten in engen und schwer zugänglichen Bereichen. Das im Lieferumfang enthaltene Zubehörset ist ein weiterer Pluspunkt, der von den Kunden hervorgehoben wird. Sie schätzen die Auswahl an Bits, die für verschiedene Anwendungen geeignet sind, sowie den praktischen Transportkoffer, der eine einfache Organisation und Aufbewahrung ermöglicht. Der Akkuschrauber verfügt über eine Leistung von 30 Watt und eine Spannung von 3,6 Volt. Die meisten Kunden finden, dass diese Leistung für alltägliche Heimwerkerarbeiten ausreichend ist. Einige merken jedoch an, dass das Gerät nicht für besonders anspruchsvolle oder professionelle Anwendungen geeignet ist. Ein kleiner Nachteil, den einige Kunden erwähnen, ist der integrierte Akku. Während dies das Gerät kompakter und leichter macht, bedeutet es auch, dass der Akku nicht ausgetauscht werden kann, wenn er seine Lebensdauer erreicht hat. Das nächste Modell, das wir heute unter die Lupe nehmen, stammt von einem renommierten Hersteller von Elektrowerkzeugen und hat bei vielen Kunden großes Interesse geweckt. Der Bosch Professional Akkuschrauber. Das Gerät zeichnet sich durch seine kompakte Größe und sein leichtes Gewicht aus. Kunden schätzen, dass der Akkuschrauber auch bei längeren Arbeitszeiten einfach zu handhaben und zu tragen ist. Die ergonomische Gestaltung sorgt zudem dafür, dass die Anwender auch bei anspruchsvollen Aufgaben komfortabel arbeiten können. Ein besonderes Highlight dieses Modells ist das umfangreiche 39-teilige Zubehörset, das im Lieferumfang enthalten ist. Kunden schätzen die Vielfalt der Bits und Adapter, die eine Vielzahl von Anwendungen und Materialien abdecken. Darüber hinaus ermöglicht die praktische Tasche eine einfache Organisation und den sicheren Transport des Akkuschraubers und des Zubehörs. Das Modell wird mit zwei 2,0 Amperestunden Akkus und einem Ladegerät geliefert. Kunden schätzen die Möglichkeit, einen Akku aufzuladen, während der andere im Gebrauch ist, wodurch die Arbeitsunterbrechungen minimiert werden. Die 12 Volt Leistung des Akkuschraubers wird von vielen Kunden als ausreichend für die meisten Heimwerker und professionellen Anwendungen angesehen. Weiter geht es mit dem Hi-Chica Akkuschrauber. Dieses Modell hat bei vielen Kunden aufgrund seines attraktiven Preises und der Vielzahl an praktischen Funktionen Interesse geweckt. Das ist ein kompaktes und leichtes Gerät, das von Kunden für seine einfache Handhabung und den Komfort bei der Nutzung geschätzt wird. Das 6 Nanometer Drehmoment ist für die meisten Heimwerkerarbeiten ausreichend und der 3,6 Volt Akku ermöglicht eine gute Arbeitsdauer ohne häufiges Aufladen. Ein besonderes Merkmal dieses Akkuschraubers ist das integrierte LED-Licht und die Taschenlampe, die von Kunden als äußerst praktisch für Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen oder bei Nacht angesehen wird. Die zusätzliche Beleuchtung erleichtert das präzise Arbeiten und erhöht die Sicherheit bei der Arbeit. Der Akkuschrauber wird mit 36 Zubehörteilen geliefert. Benutzer schätzen die Flexibilität, die dieses Set bietet und die einfache Aufbewahrung der Bits in dem mitgelieferten Tragekoffer. Einige Kunden merken jedoch an, dass das Gerät für anspruchsvollere Aufgaben wie das Bohren in harten Materialien oder für professionelle Anwendungen möglicherweise nicht ausreichend ist. Das letzte Modell auf unserer Liste heute ist der Flinktronic Akkuschrauber. Dieses Gerät hat bei vielen Kunden aufgrund seiner kompakten Größe und der Vielzahl an praktischen Funktionen Interesse geweckt. Das Modell besticht durch sein kleines handliches Design, das von Kunden für seine einfache Handhabung und den Komfort bei der Nutzung geschätzt wird. Trotz seiner kompakten Größe bietet der Akkuschrauber eine ausreichende Leistung für die meisten Heimwerkerarbeiten. Der 1300 mAh 3,6 Volt Akku ermöglicht eine gute Arbeitsdauer ohne häufiges Aufladen und kann über das mitgelieferte USB-Kabel aufgeladen werden, was zusätzliche Flexibilität bei der Stromversorgung bietet. Ein besonderes Merkmal dieses Akkuschraubers ist das integrierte LED-Licht, das von Kunden als äußerst praktisch für Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen angesehen wird. Der Akkuschrauber wird mit 25 Zubehörteilen geliefert. Einige Kunden merken jedoch an, dass das Gerät für anspruchsvollere Aufgaben wie das Bohren in harten Materialien oder für professionelle Anwendungen nicht ausreichend ist. In solchen Fällen empfehlen sie den Einsatz leistungsstärkerer Akkuschrauber. Wir hoffen, dass Dir unser ausführlicher Überblick über die Akkuschrauber für Heimwerker weitergeholfen hat und dass Du nun in der Lage bist, eine gute Entscheidung darüber zu treffen, welches Modell am besten zu Deinen Bedürfnissen passt. Wenn Du noch Fragen oder Anmerkungen hast, zögere nicht, sie in den Kommentaren zu hinterlassen. Wenn Dir unser Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like und ein Abo unseres Kanals freuen, um auf dem Laufenden über weitere informative Videos zu verschiedenen Themen zu bleiben. In der Videobeschreibung findest Du zusätzliche Informationen und Links zu den vorgestellten Akkuschraubern, falls Du mehr darüber erfahren möchtest. Wir danken Dir für Dein Interesse und hoffen, dass Du bald wieder auf unserem Kanal Die Reparaturzeit vorbeischaust.